Ich bin schon vor den Bergen und ich weiß dich wohl. Das passt schon. Passt eh. Und jetzt zur Frau Böll muss ich draußen hin. Der Sommer, der Herbst, der den 6. Schichten zusammenkommt. Okay. Jaja, jetzt tust du ein bisschen nach oben. Ja, nicht sagen, was der Bar oder wo war, Herr Wöhn. Der Dach da und dann sind wir in den Sommer lang. Ich weiß nicht. Muckau Berg. Ja. Komma, Rupp und Heb am Hirbler runter. Über Forma, Reha, Zoll. Dann hinten. Wir sind auch bei der Alpaka-Ding. Ja. Und dann hinten auch. Und dann wird er über den Reisten gezogen nach Muckau Berg. Und dann Samstag, wie es er geschnitten hat. Das ist ja geil. Das war weitergegangen. 13 Kilometer sind wir gekommen. In 2,5 Stunden. Aber man weiß ich. Und dann die Alpaka. Ja. In Thailand. Wir haben jetzt halt fotografiert. Ja. Das passt ja irgendwie genauso. Es soll sein. Weißt du? Ich hab gesagt, du. Ich hab's überfahren. Und da hins halt jetzt auch. Guck. Das ist ein Mann. So. Ja. Ja. Ein, zwei mehr. Ja. Weißt du? Ich warte halt hin. Es ist einfach schön, wenn man so zusammen kommt. Ja. 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 Ja.